Also Masowski 7-1 gewonnen hier in Fredeburg. Ich denke in der Höhe vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch. Gerade in der ersten Halbzeit am Ende und Anfang der zweiten Halbzeit waren wir doch ein bisschen unter Druck. Wie siehst du das? Ja, genau wie du. Wichtig ist, dass wir 7-1 gewonnen haben. Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Wichtig war die Einstellung. Wir wollten das Dörby gewinnen. Wir haben sehr gut angefangen. Dann, wie du auch gesagt hast, haben wir ein paar Minuten nachgelassen. Und dann haben wir in der Kabine gesprochen, sind da rausgekommen und wir haben eigentlich über das ganze Spiel, das Spiel gestinkt, bis auf die 10-15 Minuten. Das passierte so im Dörby, aber danach waren wir wieder präsenter. Wir haben die Zweikämpfe aggressiver angemessen und haben den Ball wieder schnell laufen. Wir haben verdient gewonnen. Die Truppe hat das gut gemacht. Hochzufrieden mit der Leistung. Ja, Hauptmeisterschaft, nur eine Niederlage in der gesamten Hinrunde. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Ja, kann man. Wir sind Hauptmeister davon, können wir nichts kaufen. Wir gehen jetzt in den nächsten vier Spieltage und da wollen wir auch Ausrufezeichen setzen. Wir wollen unbedingt jedes Jahr Meister werden. Wir müssen für ein Spiel zu Spiel schauen. Wir haben nächste Woche ein schweres Spiel im Westweg, aber dafür werden wir hart trainieren wieder dreimal in der Woche und uns drei vorbereiten und die nächsten drei erzeugen. Alles klar, mehr so. Danke dir. Danke.